Ja, hier sind wir wieder mit Musik! Und wir haben ein Skelett gekillt, ne? Ja, und wir haben einen Hohen im Wasser gefunden, was von dem ersten Skelett stand, das wir gekillt haben. Genau. Ja, hier haben wir jetzt ein paar, ähm, noch ein Mensch. Dann wollen wir uns auf welchem Feld an. Oder wir gehen in die Höhle, oder? Nee, ich hab nicht so viel Tee. Ja, wir haben zwei, wir haben zwei, ähm, Löwen. Nee. Doch, guck doch in der Kiste. Guck doch in der Kiste. Eins, zwei. Jawohl. Dann lass das zu allen guten, zwei machen. Okay, ähm, wir brauchen jetzt, ähm, wir gehen jetzt mal in den Wasser fahren, ne? Ja, und wir haben die scheiße Fakke mit einem Fakkel. Und Fakkel, dann gehen wir in die Höhle. Genau. Ja, und wir haben die Höhle. Und, wir haben die Höhle. Und, wir haben die Höhle schon beim letzten Lauf. Nicht da rein. Na, du Jesus, na was? Oh Gott. Massenmoors. Ja, guck mal da rein. Da ist Kohle. Ja, Kohle. Wir können auch rein, weil da ein Wasserfall ist. Und dann kommen wir auch wieder hoch. Hä, wir kommen nicht hoch. Doch, hier, wenn wir da hoch schwimmen. Oh. Pass auf. Pass auf Mops auf. Was ist Mops denn? Mops. Monster. Achso, jetzt. Ich hab grad, ich hab grad, ich hab grad ein bisschen was falsch verstanden. Ja, so ein bisschen, ganz klein. Oh, ne, als können wir nur ab, äh, Holzmitte. Eine Steinspitzsacke. Ja. Angelagermisch. Bisschen, bisschen Stein für den Ofen, so eine Spitzsacke. Ja. Das reicht dann auch schon. Ja. Ja. Wir haben ein neues Liedchen oben. Asterix noch ein Nobel-Experts erkennt. Ich hab Kohle gefunden. Ich hab's jetzt gerade wenig, aber die Kohle. Ja, Kohle. Kohle, 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 Kohle. So. Ja, wir schwimmen jetzt wieder nach oben. Du, 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 du. Oh, dann kennen wir das auch. Oh, echt? Ja, 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 ja. Ich hab mir ein bisschen los. Ich hab 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 die lachen mitgemerkt. Es geht weiter hier, bei uns. Wir haben gerade ein bisschen Stein gefahren und so. Ja, tun wir mal wieder die Steinspitzhackereien. Ja, wir gehen ein bisschen pennen. Wir gehen ein bisschen pennen. So, wir haben den Ofen. Ofen. Dann kommt noch gleich unser Essen rein. Genau. Wovon haben wir denn am meisten? So. Ja, andersrum. Oh ja, scheiße. Sorry, Leute. Ob ich falsch bin, bin ich gepackt. Und dann bauen wir jetzt mal... So lange nicht mehr. Was ich blöd finde, dass man Eier nicht braten kann im Ofen, dann hätte man Spiegeleier. Wäre auch irgendwie cool, oder? Ja. Ja, das wäre wirklich cool. Spiegeleier wird sich über kurz. Ich weiß nicht. Dann bauen wir zwei ein paar Sachen. Steinschaufeln. 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 Ja, ich weiß schon mal. Hunger, ich scheiße auf Hunger. Ja, Hunger ist auch relaxed. Dann verkratzt du die Warnhunger, ne? Ja, klaro. Hunger verkratzt. Ist doch viel cooler. Ja. 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 Dann machen wir das jetzt. Das hier. Das hier. Abmachen. Ja. Abmachen. 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 So. Was ist denn hier jetzt bloß? Ähm, ja. Ich baue das hier mal ab. Oh, das ist Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hä? Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Okay, wir haben jetzt schon fünf Eisen. Das ist eigentlich viel schlecht, ne? Ja. Nein. Nein, das hat man einen Set weiß was. Ja, ne? Ja, ne? Da haben wir doch schon mal was Schönes geschafft. Da. Da. Ab geht's. Und. Hops. Ach, komm schon. Ich bin fast zerlegen. So, wir sind jetzt wieder bei unserem Zuhause. Zuhause. Wo wir auch gleich unser Eisenbraten werden. Können wir ja gar nicht. Ja, wir haben noch Kohle. Können wir aber. Oh, das ist schon fertig. Ähm. So. Können wir auch schon anfangen da auszubauen? Ja, klar. Ähm. Ah ja, wir müssen Hölz fahren. Ähm. Auch. Wir müssen. Ja, wir fahren. Das ist ja auch ein bisschen. Zudem ist gut, wenn ich was von'sraschieren? Ja wir haben sie auch ab. Ja. Na das? Schaufeln an den. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Dann bin ich so viel aufquem. kann man ein ziel machen ja manchmal ganz kurz auf pause sind wir wieder ja wir bauen hier also wir versuchen hier gerade ganz kurz was zu bauen und dann ist das überhaupt passiert in dem holz top-secret ein jeder kopf ist das kopf für den fahren ja es geht aber auch durch die blöcke durch ok dann habe ich die beste dann lassen wir das hier machen wir hier so die türen und da jetzt schon ein bisschen mehr geschützt er gibt uns ja auch ein bisschen ja